Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Emeritorik. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und heute geht es mal wieder um eine Zitate-Folge. Zitate-Folge bedeutet, ich habe es hier schon zu liegen, mein wunderbares Buch. Wenn du die anderen Zitate-Folgen schon gesehen hast, dann kennst du dieses Buch. Und du siehst auch, ich habe hier meine Fähnchen reingeklemmt, denn, ja, damit ich es schneller finde. Wir wollen hier die Zeit nicht verplempern mit Suchen, sondern wir wollen uns um unsere Zitate kümmern. Und guck dir mal bitte, wenn du Lust hast, auf dem Facebook-Kanal nochmal das ein oder andere an. Da habe ich nochmal dazu gesprochen, wozu brauchen wir Zitate, wofür nutzen wir Zitate in unseren Vorträgen oder auch im Leben. Um eine kurze Zusammenfassung nur zu bringen, Zitate helfen uns einfach, um im Vortrag etwas noch besser anschaulich darzustellen. Um nochmal, ja, dem Zuhörer nochmal ein Bild mitzugeben am Anfang oder am Ende der Rede. Es ist für den Zuhörer ungemein schön, mit einem tollen Zitat entlassen zu werden, was er mitnimmt, was er auf der Rückreise einfach noch verarbeiten kann. Und das ist etwas, was wunderbar ist. So, aber jetzt kommen wir dazu hier, dass wir loslegen, wenn wir brauchen nicht unbedingt Zeit verschwenden. So, wir beginnen mit einem chinesischen Sprichwort. Wer viel schießt, ist noch kein guter Schütze. Wer viel redet, ist noch kein guter Redner. Wenn du Menschen hast, die einfach überhaupt nicht aufhören können zu reden, die nur quatschen, quatschen, quatschen und keine Struktur erkennbar ist, keine Pausen drin sind und so weiter, dann ist das noch lange nicht gut. Wenn du einen Redner hast, der wie ein Schießgewehr, ich nehme das jetzt wirklich mal so, wie ein Schießgewehr redet, dann hast du noch lange keinen guten Redner. Ein guter Redner erkennt, wann mal eine Pause zu machen ist. Ein guter Redner erkennt, wann er mehr Gas geben muss. Ein guter Redner erkennt, wenn er mal von Gas runtergehen muss. Und deswegen mag ich dieses Sprichwort sehr gut. Mag ich dieses Sprichwort sehr gut? Nein, mag ich dieses Sprichwort sehr gern. Du weißt, hier wird nichts geschnitten und ja, auch wir machen mal Fehler vor der Kamera, alles okay. Also nochmal, wer viel schießt, ist noch kein guter Schütze. Wer viel redet, ist noch kein guter Redner. Übrigens, die Zitate packe ich dir alle in den Text rein. Wenn du die irgendwo brauchst, kopier es dir gerne raus, sind nicht von mir. Ich schreibe dir auch mal dazu, von wem das ist, chinesisches Sprichwort oder von wem auch immer, damit du damit arbeiten kannst. Die Zitate, die ich hier hier bringe, sind von mal bekannteren Menschen, mal von unbekannteren Menschen. Am Ende geht es um eins. Dieses Zitat hilft dir, um deinen Inhalt noch besser zu präsentieren, um deinen Inhalt noch klarer vorzutragen. Das mag ich ungemein. Deswegen, wie gesagt, dieses Zitat. So, weiter geht's. Wir haben als nächstes. Der Misserfolg ist die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Von Henry Ford. Warum habe ich dieses Zitat gewählt? Die Frage stellt sich vielleicht der ein oder andere. Der Misserfolg ist die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. In den Seminaren haben wir es ganz oft gesagt. Ach Mensch, ja, und das wollte ich ja gar nicht. Und ich wollte ja noch dies und ich wollte das. Und ach, hätte ich mal. Hey, das ist völlig normal. Wir alle machen Fehler. Und das ist völlig in Ordnung, dass man mal etwas macht, was man beim nächsten Mal anders machen will. Im Misserfolg hast du die Möglichkeit zu sagen, ich mache es beim nächsten Mal besser. Ich mache es beim nächsten Mal anders. Ich werde es beim nächsten Mal, ja, wie auch immer, was du dann machst, besser, schöner, größer, kleiner, was auch immer tun. Ich hatte gerade ein Interview, ein Kurzinterview, ich habe gesehen, hey, ich rede sehr schnell. Beim nächsten Interview habe ich mir vorgenommen, die Antworten langsamer zu geben, langsamer zu sprechen. Nehmen wir da gerne das Beispiel von Helmut Schmidt. Da wurde erstmal eine ganze Zigarette reingezogen und dann kam eine Antwort. Und das ist etwas, ich habe sehr schnell geantwortet und möchte mich dort wieder verbessern, möchte mich dort weiterentwickeln. Das ist das Entscheidende. Das war jetzt nicht unbedingt ein Misserfolg, aber ich habe gesagt, so geht das auf keinen Fall weiter. Ich möchte es gerne so weitermachen. Ich möchte hier besser werden. Kein Misserfolg, aber ich habe die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. So, deswegen nochmal unser Henry Ford. Der Misserfolg ist die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Ich finde es gut, deswegen habe ich es mir rausgesucht. Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich kompetente Beratung. Ist leider unbekannt. Ich hätte gerne gewusst, von dem, von dem eben dieses Zitat ist. Und natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich kompetente Beratung. So, ich weiß nicht, wie du mit dir redest. Oftmals reden wir härter mit uns selbst als mit fremden Personen. Wir haben so, oh du Depp, hättest du das doch mal so gemacht. Oh Mann, hättest du doch mal aufgepasst, du Idiot. Oh hey, was für ein Vollpfosten. Sorry, wenn ich jetzt solche Begriffe nehme, aber ich kenne Menschen, die reden so mit sich. Oh, ich Idiot. Das geht ganz schnell. Würdest du so mit einem Kumpel reden? Mit einem, und du meinst es ernst. Das ist immer wichtig, du redest ernst. Nicht so ein Spaß, ey Depp, komm. Nein, du redest ganz ernst mit dir. Und sowas packen wir bei uns rein. Wie redest du mit dir selbst? Wir reden ständig mit uns selbst. Ja, ich weiß, manche von euch denken, das ist nur bei dir so. Nein, jeder redet mit sich selbst. Wie viele Worte, weiß ich nicht. Aber dieses mit sich selbst drehen ist wichtig. Deswegen dieses Zitat zu nutzen. Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich kompetente Beratung. Du bist gut, wie du bist. Du hast Ahnung. Du bist ein Fachmann. Wenn du mit dir redest, rede vernünftig mit dir und berate dich kompetent. So, weiter geht's. Nochmal die Geschichte von meinem Interview. Ich habe ganz schnell geantwortet. Und ja, das hat gepasst. Aber nimm dir doch die Zeit zu denken. Nimm dir doch einfach die Zeit von zwei Sekunden, von drei Sekunden und antworte dann. Es ist völlig legitim, mal kurz nachzudenken und dann zu antworten. Es ist auch mal völlig legitim zu sagen, die Frage ist hochinteressant und ich möchte die kurze Zeit nutzen, darüber nachzudenken, was ich jetzt hier am besten sage. Du redest dabei und du kennst diesen Spruch. Irgendwie kommen uns beim Reden die Gedanken automatisch. Du kannst doch reden und trotzdem hast du gute Gedanken. Deswegen bitte denke nach und nicht, dass man über dich irgendwann sagt, denken ist allen erlaubt, vielen bleibt es erspart. So, weiter geht's. Wir sind ein paar mehr heute und wie gesagt, ich schreibe dir alles in den Text rein, sodass du dann gerne gucken kannst. Sprich über alles, aber nicht über 20 Minuten. Angeblich Martin Luther. Sprich über alles, aber nicht über 20 Minuten. Das ist etwas, ich würde es anders zusammenfassen. Achte drauf, wie viel redest du. Wir hatten es gerade schon gesagt, gehabt mit dem Zitat, wer viel redet, ist noch lange kein guter Redner. Das, was du sagst, muss Hand und Fuß haben, das muss Struktur haben und das muss für den Zuhörer interessant sein. Wenn du das erreichst, alles gut, dann ist picobello. Aber bitte nicht einfach schwafeln, wo du am Ende sagst, hey, warum habe ich hier zugehört, worum ging es dir gerade? Keine Ahnung, worum es ging und deswegen bitte nicht so viel quatschen, sondern wenn du redest, dann hab auch was zu sagen. So, was haben wir noch? Ein paar haben wir noch. Geht gleich weiter. Ich muss hier in meinem Heftchen, ich habe das alles markiert und was haben wir hier? Oh ja, das ist auch sehr schön. Pass auf. Du lernst Menschen erst dann richtig kennen, wenn du nicht funktionierst. Du lernst Menschen erst dann richtig kennen, wenn du nicht funktionierst, auch unbekannt. Du hast, wenn du funktionierst, ist alles in Ordnung, du bist dann toll und wir sind froh, mit dir zusammenzuarbeiten und klasse und bla bla bla. Aber weh, du funktionierst nicht. Dann lernst du den wahren Charakter deines Gegenübers kennen. Dann lernst du kennen, was los ist, wenn Menschen ihr wahren Kern rauslassen. Und das ist immer etwas, wo ich manchmal erschrocken bin. Wo ich denke, hey, was war? Es lief zehn Jahre gut und jetzt hast du einmal irgendwas gemacht und gegenüber explodiert. Wo du sagst, hey, das kann doch mal passieren. Ich habe etwas gemacht, ich würde es zukünftig anders tun. Mit meiner Erkenntnis, mit meinem Wissen von heute würde ich es zukünftig anders tun. Und das ist wichtig. Dieses Kennen, diese Kenntnis zu haben, das ist was ganz Entscheidendes. Deswegen, du lernst Menschen erst dann richtig kennen, wenn du nicht funktionierst. So, was haben wir noch? Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Ich gucke mal auf die Zeit, aber das passt. Wir wollen ja mal so bei zehn Minuten etwa bleiben. Der Anfang ist der wichtigste Teil der Arbeit. Das nehmen wir. Warum? Weil es gut ist. Wenn du am Anfang dein Fundament gut legst, wenn du am Anfang eine gute Basis ausbildest, wirst du merken, dass alles andere leichter wird. Du wirst merken, dass vieles ganz einfach vorwärts geht. Und deswegen ist es am Anfang wichtig, die Arbeit hervorragend zu machen. In allem, was du machst. In der Ausbildung, in der Weiterbildung, im Hausbau, überall. Am Anfang ist es wichtig, ganz sauber zu sein. Und dann wird es alles andere hervorragend gut werden. Und das Letzte, das Highlight. Nimm dir Zeit für deine Freunde. Sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde. Das ist etwas, was ich persönlich gemerkt habe. Ich arbeite doch eine ganze Menge. Und dann ist eins passiert. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, um mal hier nochmal ein bisschen Fahrrad zu fahren oder da nochmal zu quatschen. Hier nochmal zusammen ein schönes Getränk zu sich zu nehmen. Und ich habe meine Freunde zu teilen, bitte zu teilen, vernachlässigt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast gar nicht mehr den Kontakt, den du früher mal hattest. Und deswegen finde ich dieses Zitat gut. Nimm dir Zeit für deine Freunde. Sonst nimmt die Zeit dir deine Freunde. Ich mag es sehr. Und wenn es für dich interessant ist, dann nimm dir gerne diese Zitate raus. Nimm es dir gerne für deine Reden raus. Denn am Ende geht es dir darum, um Rhetorik, um Kommunikation, um gute Vorträge. Und dass du die Möglichkeit bekommst, einfach mit noch mehr Zitaten gut zu glänzen und schöne Enden, schöne Ausstiege für deine Reden zu haben. Wenn dir die Zitate gefallen haben oder auch wenn du noch mehr Zitate willst, schreib es gerne in die Kommentare unten rein. Würde mich sehr freuen, von dir da mal eine Rückmeldung zu bekommen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kannst mich sehen, ich sehe dich nicht. Nur, dass das einmal klar ist, das ist in meinen Seminaren anders. Da sehe ich sofort ein Feedback, da sehe ich sofort, wie es aufgenommen wird. Und deswegen schreib gerne in die Kommentare rein, wie hat es dir gefallen, wie findest du das. Gib mir einen Daumen hoch oder abonnieren, also du kennst das alles. Und ich freue mich einfach, wenn du dabei bist. Und jetzt an der Stelle wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Habt eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.